Wie wir wissen, gab es in Kapitel 3, Season 4 die Vorbotin. Und diese verkrumpfte dem Wissenschaftler den Ursprung und dem Besucher. Nur einer von den sieben schaffte es zu entkommen. Und das war das Paradigma. Dank ihr und den Zero Point wurde unsere jetzige Kapitel 4 Map von denen erschaffen. Nur was ist mit den anderen? Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, was mit den restlichen sieben passiert ist. In Kapitel 3, Season 2 gab es ja das Collision Event. Und am Ende des Events sprang das Fundament in den Zero Point, um in die Realität von Jeno zu gelangen. Danach sah man das Fundament nie wieder. Und bei der imaginierte ist es eine traurige Story. Denn nach einem Kampf starb sie. Und die einzige, die überlebt hat, ist die Schwester der Orden. Und die Frage ist jetzt, wo sind die sieben? Sind sie noch hier bei uns auf der Karte oder sind sie woanders? Die größte Vermutung ist, dass die Vorbotin alle sieben mit dem Chrom in das Mutterschiff teleportiert hat. Und eins wissen wir aus der Story, die sieben werden nicht mehr dieselben sein. Und wann die sieben wiederkommen, das wissen wir leider noch nicht. Doch eins steht fest, die letzte Realität werden wir wieder treffen.